200 rabauken let's go ich glaube es wird wirklich legendäre leute passt auf ich sag's euch geil hey leute wir stehen gerade 8 zu 0 im live stream bei der neuen rabauken herausforderung und im heutigen video wollen wir natürlich schaffen hoffentlich die 12 siege zu erreichen und vielleicht sogar 12 zu 0 zu holen und wir können hier schon mal fünf epic cards holen kriegen ihr den fließt und springen direkt ins nächste game rein wir haben übrigens schon gegen oj gespielt das werde ich wahrscheinlich auch noch einschneiden jetzt können wir uns gerade erst entscheiden wir haben entweder eisgeist oder wir haben bogenschützen um schützen würde ich sagen war kein oder feier spiel ist das relativ schwierig wird er die laka nehmen auf jeden fall jetzt mit ihr ja gut klar ist natürlich richtig stark baum war sehr schwach und wir können uns den golem nehmen würde ich auf jeden fall machen weil es ist so riskant ist kein golem zu nehmen ist halt jetzt die frage aber vielleicht irgendwie weiß halt nie was der gegner so viele karten noch hat und so krass ist unser backup jetzt nicht haben minions und bogenschützen irgendwas solideres bräuchten wir okay schauen wir mal wir bringen die direkten golem tatsächlich weil die hexe kostet fünf elixier wir haben eine nachthexe noch das ist geil das backup die hexe kostet fünf elixier ich hoffe er schiebt jetzt nichts davor natürlich aber ich denke eher nicht oder doch doch er schiebt was davor wird aber trotzdem klar gehen sehr schön dass es sich wünscht ob die in die hexe jetzt ihren fokus gerade erinnert hätte starke feier ist blöds von ihm trotzdem haben wir den push direkt sagen direkt den pushen der ersten aktion wir haben holen plus nachtext das ist eigentlich mal aber ich kenne den push der ist so tödlich ja okay schöner bomber noch mal sehr sehr schöner von ihm muss ich ihm lassen dann setzen noch mal so als backup dass sie aus dem hintergrund vielleicht noch ein bisschen value rausholen kann und jetzt bin mir noch ein dartkopf hinten dran tatsächlich weil der golem mini golem mit ordentlich tanken glaube ich noch also natürlich klar dass jetzt genau so falsch rum getränkt wird wir lassen elektromagie durch beginnt eher trafkronen sieg oder richtung drei kronen sieg lag beim trefft ist da genau zwei mal pecker gegen krisen und zweimal schon golem auf jeden fall wir haben extrem luck bisher mit dem mit den drafts kann man gar nicht anders sagen machen genau das gleiche wieder wir bringen wieder ein golem nach hinten und das nächste mal wir wissen dass eine elektromagie jetzt aus dem cycle ist und wenn halt sofort dann auch mit ja mit dem ballon dann hinten dran gehen alter wie viel luck hast du ja das ist halt echt so der diet goblin war overextend ja das stimmt es war halt ein bisschen dumm auch von mir dass er nach vorne gelaufen ist das stimmt aber auf jeden fall hexe kommt okay müssen sie aufpassen gerade er wird wieder vielleicht okay wird hier den poison drauf gefällt auf jeden fall macht er sehr vorbildlich macht er nämlich genauso wie es nicht machen sollte schlechte lakaien von mir kann es sein das geht sogar noch ich glaube ich lieber einen ballon bringen sollen nachhinein auch wieder nicht der allerbeste blase kobold jetzt gerade kritisch für ihn glaube ich ja und jetzt genau ist genau jetzt genau das ist der moment bei dem wir mit dem ballon in dem wir mit dem ballon reingehen können übrigens noch bogenschützen ja nicht so optimal könnte besser laufen zwei zum ballon werden als zwei zum ballon erst durch zwei zum ballon dann ist durch das ist das ist nicht durch und kein großes bell fährt auf da macht noch mal verteidigen es ist nicht durch ok ok ganz ehrlich aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass es jetzt hier noch so dürfen kann bringen jetzt hier die lakaien rein klappt es hier noch mal alles ja es kann ja auch wir sind einfach später schneller durch das fakt ist ein schneller durch können sie einfach noch mal pfeile draufhelfen ganz ehrlich ganz entspannte pfeile noch mal und dann sehen wir durch gewinnt das ganze mit drei kronen war noch ein bisserl riskant von mir am ende und hat auf jeden fall wunderbar geklappt ja retter und lava hunden zu scheiße müssen die gegen rutsche ran durch auch nicht das beste naja der weg ist natürlich jetzt auch da für ihn bringen wir noch ein eis golem ein die prinze steht leider auch knapp ich glaube es hat relativ offensiv eingegangen übrigens mit mega retter ja ich glaube es wird ich glaube es wird oh mein gott oh mein gott die feierst du wird strip oj leute prinzessin reinkommen wir müssen jetzt gewinnen ich will jetzt oj besiegen wir haben natürlich auch ein ganz gutes matchup denke ich aber trotzdem hat so schlecht gespielt wie aber auch wir beide schlecht gespielt irgendwie bringen auch noch offensiven pecker rein also wir heute nicht kennt ein super gleiche youtuber wir gestehen ewigkeiten schaue haben noch nie gegen die spielst du mir live gerade gegen ihn einfach ich kann es echt nicht fassen wir gewinnen sogar 30 gg also wer auch nicht kennt der macht übel gute geist hat fast eine million abos auf youtube und wir gewinnen die einfach gegen ihn ja gegen ihn 30 geil nächstes game 90 stets und tut mir auch ein bisschen leid wenn ich ein bisschen leise heute bin aber ich bin auch noch ein bisschen müde ehrlich gesagt ja gut ich bin natürlich jetzt ist lächerlich dass er die pfeile hat in dem sagt trotzdem sie eher das kobold fast würde ich sagen die pfeile tun natürlich jetzt übel weh gerade dem sie elektromagie aber wir brauchen elektromagie gegen die minien horde ich muss ganz ehrlich sagen das sieht nach dem los aus gerade an sich aber wir kriegen lightning value er hat beide hexen was auch geil für ihn ist an sich aber wir kriegen hat schon lightning value ich weiß nicht ob ich mir das kobold fast hätte nehmen oh mein gott das ist sogar lächerlich und den kann ich überhaupt nicht gebrauchen der hat so viele anti air karten der hat so viele anti air karten einfach wir bringen eisgeist bringen blazer kobold super ist ein solides matchup würde ich sagen gut wir haben ziemlich viel luck bisher gehabt aber das ist halt ein bisschen arg lächerlich gerade ich wollte scheint so eine gute idee ist ich weiß gerade nicht was ich machen soll das ist total lächerlich jetzt wahrscheinlich jetzt auch gerade eben nichts bringen dürfen offensiv ist total lächerlich das matchup hatte ganz ehrlich okay das ist gut für uns gott dass wir so weit in welcher mal rausbekommen gott du uns trotzdem hat wirklich tun ist halt wirklich trotzdem fast und es ist lächerlich hat uns so viel lightning value sogar geboten noch mal das das ist so unfassbar gutes deck was er das ist halt echt trip ja bis gibt fast mein matchup richtig gut zusammen eigentlich weil das ist eigentlich fast unmöglich zu gewinnen oder und rechtzeitig natürlich nicht rechtzeitig war klar egal egal wie trotzdem noch klar das verlieren wir selbst sehr lächerlich wir haben gerade so eine gute die wenn es eigentlich gehabt einfach ein lightning auf hex und nach texte gehabt und trotzdem aber wenn wir das ganze sehr verlieren denke ich jetzt bin direkt ein aktiven volt scheint rein aber gut trabauten bloß wohl scheint ist auch nicht so krass denke ich brauchen sie noch ein tier defensiv zu nutzen mal schauen es war jetzt du musst darum gehen aber ich glaube ich schon hätte ich jetzt eine million oder einsetzen oder letztendlich laufen ihm die ab machte auch sehr schöner blasekugel trotzdem man könnte gehen nach hinten haben wir ganz nahes gerettet aber wird auch nicht viel helfen okay was machen wir jetzt müssen sie noch jeden fall defen würde ich sagen machen wir das ganze hier so dass wir einen counterpush hinbekommen da geht natürlich jetzt rüber jeder rabauke der kleine passt halt echt noch was eine rabauke zu ihm sagt weil er auch auf auger heißt wir gehen jetzt mal voll rein würde ich sagen die eine rabaukin das rabauken mädchen wird es wahrscheinlich den schurm gönnen können okay ach gott der späne soll ich will der späne sowie leute richtig wie leider was das denn wie lächerlich ist das denn bitte jetzt hat es auch noch ein meiner und das wird das ganze spam zeug zu tanken oder was er ist einfach nur lächerlich gut noch ist nicht durch noch ist immer noch nicht durch das ist nicht genug der menschen sehe ich jetzt schon jetzt sind cool im raum natürlich nicht oh mein gott diese mingin heute ist so albern nein in diesem turm diesem turm ist nicht zu viel wahrscheinlich oder hat er noch hat er noch eine offensive aber noch irgendeine pfeile heißt aus also das war wirklich lächerlich meiner plus was cool eben du hast auch golem gesetzt den gegner schein gesetzen was gewonnen wie ich gehören eben auch so immer dass du auch holen gesetzt ja genau ja an sich ist ja fair muss man auch mal sagen ich meine ich habe gerade eben gute mehr jobs gehabt das habe ich heute eben übertrieben pech gehabt mit dem match up ja cobalt was oder ritter probelt was ist schon noch ist ballon ist auch geiler wir nehmen sie dann golem wieder den golem und nehmen uns sind eigentlich die rabauken weil die sind die auge geben das riese ballon das ist gerade ein bisschen mies das gerade ein bisschen wie sie am patrice ballon als draft bekommen was sagt ihr dazu also gegen uns bekommen finde ich jetzt nicht so geil das machen wir am besten ich würde sagen golem möglichst lange nicht einsetzen einfach du solltest schon passen als hätten wir gerade einsetzen können geben dann halt 12 zu 1 ist halt echt so leute hätten die rabauken doppelt oder ich habe es gerade lust auf doppel rabauken das sind praktisch die doppelten rabauken nämlich jetzt ist eigentlich genau dasselbe hat doppelt ich feiere das kann irgendwie seht es euch alles haben die top die doppel rabauken ist die neue karte geil schöner leiten von ihm tatsächlich muss ich ihm lassen ja leiten war echt nice ich glaube der match von den hinten dran ist so nice es wird sogar mein gott ist so ein geiles gobel was werden oh mein gott die tanken jetzt nämlich für so viel damage seht euch an wie viel damage die machen das ist so overpower oh mein gott man das schätzt diesen damage heftig aber es ist echt bringen nur fire spirits reicht definitiv aus weiß ich genau schön sehr schöner start soweit nämlich unseren rieselohn ist so rippt man keine gute defense hat wenn man keine gute defense hat hat sich unsere verteidigung an wir haben einfach minion horde rabauken ritter ohne minion horde vor allem und bogenschützen und minion horde vor allem ich weiß ich hatte man ihn heute schon genannt wir bringen die rabauken wieder die sind einfach nice defensiv da schaffst du ausrufezeichen ausrufezeichen fragezeichen hey tobi super talk schön dass du auch dabei bist ja wie gesagt tobi ich habe das gestern gesagt kommen hau mal wieder ein video raus zu der neuen challenge ich bin gerade schon dabei im aufnehmen so würde ich sagen dass ich das nicht ganz so nice aus gerade halte der ritter ist ich habe es zu glück geschafft die rabauken mädchen die sind ja richtig geil die überlebt sogar noch nahe oh mein gott ist ja so ripp gerade ja tom's down ein bisschen zu viel elixier ausgegeben so richtig gut aus auf jeden fall wenn wir wieder wahrscheinlich jetzt 10 zu 1 stehen und würden hier wahrscheinlich jetzt 10 zu 1 schon stehen bringen den golem rein jetzt jetzt kann man es leisten zu setzen ich habe die extra ewig gewartet und errechnet ist auch gar nicht damit gerechnet wahrscheinlich jetzt ist ein golem noch ab müssen darauf achten dass wir jetzt hier vielleicht die minion horde in den rücken irgendwie bringt vielleicht sogar mit dem ritter aber eher nicht oder habe ich auch immer sicher gehen noch ein reichen ritter bringen doch vielleicht doch ein bisschen geschickter denke ich das oh lol ich echt noch mal sicher gegangen natürlich genau in dem moment noch das rein trotzdem geklaut hat extremst viel value ausgeholt ritter tank sehr schöner ritter auf jeden fall das können wir im grunde noch mal wieder ein kohle fast draufwerfen bringen jetzt hier einfach mal spam bringen die nächsten ritter rein bringen das wird hier rein dass ich nach drei grundsieg aus ganz ehrlich 20 sekunden noch kommt jetzt 10 zu 1 für uns jetzt kohle 10 zu 1 als ihre bauken machen echt bock muss ich echt sagen weil die dürfte nicht vergessen der challenge können und nicht ihr ganzes potenzial ausschöpfen auf jeden fall und mal schauen auf jeden fall wie es weitergeht 3 zu 0 sehr schön ok let's go 10 zu 1 10.000 gold haben wir zwei sie gebrauchen wir noch let's go wie kann man mod werden und wie lange sind die jetzigen mods schon dabei ich mache erst der twitter seit einem monat deswegen und die die mod werden sind halt aktiv auf youtube gewesen ich hasse es die diese entscheidung ist so lächerlich wir nehmen es jetzt eher das holz weil es einfach der hartkontor gegen die prinzessin ist in dem es die da bauken das problem ist eben gerade dass wir das problem hatten das lightning auch geil ist aber wir haben eben mit dem mit dem lightning ziemlich starken spell gegeben hätten aber jetzt haben wir dafür den poison dabei das eigentlich sogar noch besser ich weiß gar nicht warum dann es gibt warum es den gibt an sie hat den bowler ja ich hasse diesen bowler aber offensiv ist ja nicht stark er ist nur defensiv stark zum glück kann es sein dass es ein richtiges schreibt ihr wisst was ich meine wir haben nur karten die nämlich keine nämlich gar nicht offensiv zu wo wir haben hock bei der hock ist scheiße gegen ihn aber wie lächerlich na super es wird kein gutes game werden und genau deswegen hatte ich eben nicht den lightning geben wollen es geht noch klar es geht noch klar und es ist ein ganz mieses match ab hat er ex elixir zum verteidigen überhaupt er kann elixir schon mal one shot das natürlich nicht wusste ich gar nicht wusste ich dass ein one shot ist ich wusste es gar nicht er überlebt immer noch das gleiche klappt hat ein bisschen aubergang ist das ist ein schönes kampf als für uns lohnt sich was da viel zu spät ansehe ich gerade trotzdem tun es dann oder mein gott guter start für uns trotzdem sieht ganz schwierige handelten funki mein gott ich hasse den funki einfach ich habe euch auch wirklich das war auch mein tipp nehmt euch in den funki mich es kann halt wirklich keiner den sap drin haben außer die haben vielleicht glück gehabt und haben die draft bekommen aber ansonsten hat wirklich halt keiner den sap dabei wisst ihr deswegen kann ich echt nur empfehlen euch den 17 also euch den den funki zu nehmen und ihr seht auch schon die großen probleme mit damit gerade haben so lächerlich einfach wir splitten die spiegel ob uns so dass natürlich nicht mehr so machen wir sie so er hat sie doch klar ganz ehrlich jetzt einfach immer wieder spiel wollte ein ich bringe halt einfach immer wieder ganz entspannt unseren counter oh mein gott der counter beschwitzt so geil nein der magier vergessen egal bringen wir noch das holz war es vielleicht auch nicht so schlau natürlich jetzt ein bisserl optimistisch dass er eine blasekobolder reinsetzt genau in dem moment aber jetzt haben wir einen vorsprung ganz ehrlich wir setzen einfach immer wieder sperrkobolder ein gegen den funki dann passt das schon die merkt auch schon wie das auf dauer gut geht bisher ich bringe mein magic alter lieber auf die andere lane ich weiß nicht ob das eine gute idee ist ich hoffe es ist eine gute idee ich bringe jetzt hier mal ihre baukens oh mein gott mit defensiver poison overpowered geil wir haben einfach einen defensiven poison ist so wichtig einfach ziehen wir mal kurz aufpassen bogen schützen vielleicht ja das war wichtig weil ich will jetzt ja auf jeden fall nicht das riesige kann jetzt gehen dass der funki vielleicht jetzt durch zufall den turm trifft genau so was machen wir jetzt wir gehen nochmal defensiv ganz ehrlich wir gehen einfach nochmal defensiv magic archer war keine gute idee wirklich ich hätte überhaupt keinen value rausgeholt oh nein magic archer wieder geil halt hab ich gesehen was ich gemacht habe ich bin von poison statt den sperrkobold nochmal gesetzt trotzdem ich den 11-1 leute 11-1 let's go 11-1 einfach richtig geile sache ein sieg noch dann haben wir es 11-1 nächstes game dann hätten wir es das schaffen wir ja feierst du bist oder sperrkobold lieber sperrkobold ich habe übrigens schon mal 11 0 am ende 11-3 ich weiß ich soll es nicht so pessimistisch hier reden aber ich will nur damit sagen dass man noch lange nicht geschafft ist mit dem 11-1-sitz das wird natürlich so ein harter kampf werden nimmst eher den blasrohrkobold klar hat es ein kobold fast das kann man oft relativ billig deppen ich finde es geil dass du immer versucht auf den chat zu achten ja gerne klar machst du gerade ein youtube video ja das ganze geht auf youtube später auf jeden fall frito geile friedhof und darauf an natürlich was er jetzt noch ich habe gar nicht darauf geachtet hat er viel flächenschaden was hat er denn noch so kraften kann ich bitten zum anfang oder warum man nicht das ist geil wenn gutes friedhof deck auf jeden fall friedhof rabauken ist immer gut ok das wäre jetzt auf jeden fall glaube ich ein overextend oder ja sein overextend oh mein gott wir haben so ein geiles tag ich sehe es jetzt schon kommen gott ist das geiles tag der baby train sollte tanken sollte eigentlich klar genau die menschen die art mit value rausholen keine frage sie wird auf jeden fall value rausholen bringen wir noch sperrkobold einfach rein würde ich sagen ja geht klar und ich glaube wir bringen es einfach nicht noch einen holzfäller rein hat relativ viel elixier ausgegeben glaube ich der typ bringen wir noch einen blasterkobold rein ich hoffe es wird keine schlechte idee aber der set war scheiße der set war richtig scheiße also auch für die ausdrucksweise aber es war halt echt so naja ist trotzdem richtig viel damit schon erst eine Aktion rausbekommen wenn wir das hier schaffen wie gesagt dann haben wir die twisty hier auf jeden fall live geschafft das wäre natürlich übertrieben geil bringen sie auf jeden fall lieber einen baby dragon ganz einfach aus dem grund weil wir den eben weniger defensiv brauchen oh lol schnell aggressiv diskutieren weil jetzt wird der magier noch getankt genau und die musketieren überlebt full life geil musketieren full life ist einiges besser ok müssen aufpassen er hat einen poison defensiv auch was auch richtig mies werden kann zwei hits trotz fire spirits richtig gefällt von ihm bringen wir aggressive spear goblins glaube ich hat relativ viel elixier ausgegeben das geht völlig in ordnung Bogenschützen kosten sogar ein Elixier mehr als uns ist das gut das ist richtig gut bringen jetzt einen aggressiven friedhof ganz ehrlich was macht er wir haben sehr bereit oh das sieht richtig geil werden glaube ich oh mein gott das ist so gut bringt jetzt noch einen poison alter bringt fire spirits hilft mir gar nichts wir gehen jetzt voll rein klar so gut es kann gut werden man letzt sagt ja gut ist eh schon durch wir haben es gewonnen wir haben es wir haben es musketieren nochmal rein oh mein gott ist es gut gerade musketieren oh wir haben es geschafft geiles deck sehr sehr viele schöne karten mit viel damage die rabauken mädchen gerade wieder einfach eine geile karte muss man auch mal sagen holzfeld am turm vielleicht noch mal ein sep drauf mal drei kronen sieg oh ich weiß es auch noch mal weg GG Leute wir haben es erster versuch leider nicht 12 zu 0 12 zu 1 trotzdem sehr heiß auf jeden fall freut mich trotzdem muss ich es auf jeden fall beeilen und das video auf youtube hochladen an der stelle an diejenigen die auf youtube dabei sind heute abend 19 uhr modern league finale 200 euro preisgeld und wir spielen gegen sandstorm gerade mal als erinnerung der sandstorm ist hier sehen wir sandstorm auf den ersten beiden plätzen sandstorm gilt das der beste clan der welt gegen die spielen wir heute abend jetzt erstmal 200 rabauken let's go sehr schön haben wir die karte auf jeden fall freigeschaltet werden sie später noch upgraden ich brauche auch morgen ein opening auf jeden fall hier ein opening wird auch noch die nächsten Tage kommen ich denke es wird am samstag dann kommen das opening wird auch noch geil werden 12 zu 1 let's go Truhe aufmachen wir beginnen mit 11.000 gold Königsriese ist in Ordnung gut die gewöhnlichen können wir eigentlich sowieso fast überspringen weil die alle max muss man sagen jetzt eher um die epischen ja das selten ist eigentlich auch inzwischen alle max und die epischen vielleicht eine legendäre ich glaube es wird wirklich eine legendäre Leute passt auf ich sag es euch geil das ist echt geil let's go legendäre karte auch noch dabei magic archer ist in Ordnung kann man mitnehmen auf jeden fall magic archer ist auch noch dabei sehr schönes video auf jeden fall wie gesagt morgen kommt noch das opening heute abend 19 uhr gegen sandstorm und ich bin damit raus heute bis zum nächsten video ciao